So, heute ist Samstag, wievielte? Irgendwann Ende April, 24. Genau, wie man sieht, sind wir nicht die Einzigen heute mit der Idee. Am Wallberg, schönstes Thermikwetter und natürlich entsprechend viel los. Mal schauen, ob wir da noch einen Platz hier finden, wo wir uns einreihen können. Ich heute mit meinem neuen B-Schirm zur Probe, mit dem Osun Geo. Erster Flug heute und bin mal gespannt. Eine Prognose für heute? Ja, wenn wir heute noch in die Luft kommen, solange es thermisch ist, dann wird es richtig geil. Thomas, deine Einschätzung heute. Könnten wir in der Luft sein. Hui, da ist wirklich. Juhu, Brecherspitze! KB2-SK. Ja, genau. Ja, genau. Ich habe hier eine größte Ausgaste. Auf dieser Hütte uns noch auf denahe, waren wir den NDR in der Luft, die Einzigen Rundstelle da mit 13-509m. Wir不行en hier, bis zum Beispiel Januar nicht vereisen Siebung. Und, übrigens, da ist seine Erster Flirt. Es ist dunig, dass es vielleicht verletzieren kann. Dich Siehst du noch niemals zapigierst. Dich Siehst du für heute? Dich Siehst du jetzt. Tüchen Siehst du schon mal als ein paar Wunschluss. Dich Siehst du kamen hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020